Herzlich Willkommen bei den Möbelmachern in der Krummbach, direkt neben der Skocke im Nürnberger Land, im Herzen von Franken und Nördlich von Bayern, zum Nusser der 207, in dem wir Ihnen vor allem diesen Sessel Daydreamer empfehlen. Zurück aus der Provence, in dem wir den regelmäßigen Stimmen auf das Jahrbuch abgearbeitet haben. Wenn Sie uns bald Ihre Postadresse schicken, dann liegt es Ende Oktober in Ihrem Briefkasten. Mit seinem Gesellenstück konnte unser frischgebackener Geselle Jewel Arnold das Publikum, unser Team und Freundin Linda begeistern. Dafür gewann er den zweiten Publikumspreis bei der guten Form und wird sich ab jetzt mit unserer Küchenfertigung beschäftigen. Helmut Neugebauer wurde für 35 Jahre Möbelmacher ausgezeichnet und seine Ehrung war ein schöner Kontrast zur Freisprechung der Junggesellen, weil ein fast ganzes Arbeitsleben dazwischen liegt. Herwig Danzer hat sich für 25 Jahre wunderbare Zusammenhalt bei der Jury und der Innung bedankt und mit einer zweiminütigen Rede über die gute Form und Betriebsnachfolgen aus dem Vorstand verabschiedet. Besuchen Sie uns am Tag der Küche am kommenden Samstag von 10 bis 15 Uhr und kochen Sie mit uns in der neuen Ausstellungsköschbaumküche oder der Höhenverstellbahn. Oder schauen Sie sich unsere neuen Küchen 2024 auf der Homepage an. In Jena, München, Ballengrieß, Lonnerstadt, Klein-Sendelbach. Alles als Inspiration für Ihre ganz persönliche Küche und die unendlichen Möglichkeiten der Einzelanfälligung. Für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis sind wir zum dritten Mal nominiert, aber diesmal mit Chor und Zeitraum im Finale. Unter dem Titel Warum wurden die Möbelmacher Finalist beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2025 in der Kategorie Möbel und Einrichtungen erklären wir, dass wir bei allen Preisverleihungen immer die kleinsten waren. Nicht nur körperlich, sondern auch nach Mitarbeiterzahl und Umsatz. Das Beste überhaupt ist, dass sich unsere Kunden so sehr darüber freuen, denn für sie ist es eine eindrucksvolle Bestätigung ihrer Kaufentscheidung. Denn wieder können sie sich persönlich für die Konsumenter anmelden oder wir reservieren für Gruppen bis zu sechs Personen aus ihrer Firma, einer Organisation, einer Freundin-Gruppe oder, was ihnen einfällt, einen Tisch. Wir kümmern uns um die Eintrittskarten Wein und feines Essen und die Gäste revanchieren sich schon im Vorfeld mit Social-Media-Posts, bis der Server stöhnt. Viele Artikel und ein Podcast sind gerade über uns erschienen, wo sie alle Hintergründe unserer Arbeit zwischen 1975 und der Zukunft nachlesen und hören können. Denn nur die Zukunft wird zeigen, ob wir enkelgerecht gewirtschaftet und Vielfalt gefördert haben. Wir wünschen einen wunderschönen Herbst. Besuchen Sie uns, wann immer Sie Zeit haben. Und vielleicht auch auf der Konsumenter. Bis bald!